Und damit willkommen und hallo zu einem kleinen, ja, Test-Let's-Play, Demo-Let's-Play. Ähm, Grimm, das ist ein Point-and-Click-Adventure. Wow, ich hab's mir gemerkt. Ähm, wir sind die Tochter des Todes, also im wahrsten Sinne. Und worum's da jetzt genau geht, was man jetzt genau machen muss, weiß ich nicht. Ich hab mich nicht wirklich informiert. Ich hab's aber schon auf Kickstarter gesponsert. Und, ja, das Spiel kommt in einem Jahr raus. Ist immer noch sehr laut. In einem Jahr raus und jetzt kann man schon mal die Demo spielen. Und die dauert ungefähr eine halbe Stunde, also vielleicht auch weniger. Kommt drauf an, wie man spielt. Ich schau mir halt alles an. Deswegen wird's ein bisschen... Das ist ein übermotivierter Mauszeiger. Ich werd's mir genau anschauen, deswegen werde ich, ähm, ein bisschen länger brauchen. Und, ja. Dann würde ich sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Ich kann nicht Sound einstellen. Ja, nee, jetzt passt's eigentlich so. Jetzt lass ich's alles so. Text, Language. Kann man, glaub ich, auf Deutsch... Ja, Stimmen, Deutsch. Untertitel, ja. Beginne ein neues Spiel. Liebes Tagebuch. Es heißt, Freunde seien die Familie, die man sich aussucht. Nur bedeutet das leider im Umkehrschluss, die Familie ist die Familie, die man sich nicht aussucht. Wenn du dich jetzt wunderst, warum ich meinen Eintrag mit so etwas Offensichtlichem beginne, warte ab, bis du meinen Vater kennenlernst. Das ist mein Paps. Er ist der Tod. Und ich meine das nicht wie in, er ist todernst oder er ist sterbenslangweilig. Nein. Er ist der Tod. Derjenige, der, ähm, sein und nicht sein auf der Erde kontrolliert. Und die Seelen der Lebenden ins Reich der Toten verfrachtet, wenn sie sterben. Das wäre an sich kein großes Problem. Andere Kinder haben auch Eltern mit grausamen Berufen. Die sind dann Finanzbeamte, Anwälte oder Lehrer. Das Problem ist folgendes. Seit Tagen träume ich von diesem Menschenjungen. Im Traum ruft er nach mir. Ich kenne ihn nicht, aber ich spüre, er ist in Gefahr und braucht meine Hilfe. Allerdings würde mir Paps nie, ich wiederhole, nie erlauben, ins Land der Lebenden zu reisen. Denn so seltsam das auch klingen mag, wenn es um mich geht, macht sich mein Vater bei so gut wie allem in die Kutte. Ich darf kein Sargball spielen, weil ich mir Splitter einziehen könnte. Ich darf nicht in den verbotenen Wald gehen, weil, Zitat, dort unfassbares Grauen lauert. Und das Land der Lebenden ist natürlich besonders tabu. Versteh mich nicht falsch, normalerweise höre ich auf Paps. Aber diesmal nicht. Diesmal werde ich einen Weg finden zu fliegen. Der Haken an der Sache? Wir hatten gerade einen heftigen Streit, der in vollkommen unberechtigtem Hausarrest für mich endete. Dann hat Paps mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Ich muss also erstmal einen Weg hier rausfinden. Vielleicht beginne ich meine Suche mit dem mysteriösen Päckchen auf dem Fensterbrett. Ich könnte nämlich schwören, dass das vor einer Minute noch nicht da stand. Alles klar. Anleitung. Links klick, interagieren. Rechts klick, anschauen. Mausrad hoch. Eins, Inventar öffnen. Mausrad runter. Inventar schließen. Escape. Drück zum Menü. Alles klar. Ah, das ist geil. Das ist eine sehr geile... Was ist das? Schweizer Taschensense. Das ist sehr lustig. Das ist genau mein Humor. Dann sind wir jetzt hier in ihrem Schlafzimmer. Oh, das steuert sich sehr flüssig. Sehr schön. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, was haben wir hier alles Schönes? Also das Spiel ist auf schwarz-weiß. Moment, ich muss die Musik mal leiser machen. Die ist schon wirklich sehr einbringlich. Escape zurück. Ah. So. Was haben wir hier alles? Bücher. Kann man nichts davon anklicken? Nein. Das Paket, das mache ich jetzt nicht auf, weil ich möchte erst mal hier gucken. Hier können wir die Leiter... Sie rührt sich kein Stück. Scheint, als wären die Räder, auf denen sie eigentlich sanfter hingleiten sollte, vollkommen verrostet. Ich will hier auch hochgehen. Sie rührt sich kein Stück. Ja, ja, ja. Scheint, als... Ja. Ähm, was haben wir hier? Ein Mach-Glas. Nun, sieh sich einer meine prachtvolle Glühwürmchen-Sammlung an. Paps hat sie mir zum 13. Todestag geschenkt. Er sagt, sie heißen Hotspots. Was immer das heißt. Oh. Ein klebriger, süßlich riechender Schleim, der den Boden des Glases bedeckt. Wurde bestimmt dazu genutzt, die Glühwürmchen anzulocken. So, und was haben wir hier? Buch über Pflanzenkunde. Ich muss gerade nichts über Pflanzen nachschlagen. Ich muss gerade nichts über Pflanzen nachschlagen. Okay. So, gibt es hier irgendwie einen coolen Schädel. Astrologie, wie es ausschaut. Ähm, Puppen mit Knopfaugen. Sehr, äh, vertrauenswürdig. Das sind die Familienporträte. Ah. Okay. Ich werde ein andermal umdekorieren. Was haben wir hier? Tagebuch. Oh. Tagebuch. So. Hayley. Ich bin doch kein Baby mehr, das auf seinem Schaukelpferd reitet. Außerdem passe ich nicht mehr in den Sattel. Nicht, dass ich das versucht hätte. Ja, klar. Sessel. Hm. Was jetzt? Ja. Wieder runter vom Sessel, ne? Was steht denn hier? Ein, ein Skelettarm. Der wird mir gleich ganz, äh, arm ums Herz. Hm. Oh, den nehmen wir sogar mit. Was haben wir hier? Go, go, 667. Mein Nummernschild, 667. Ektoplasma. Äh. Anscheinend hat Papps ein Souvenir von der letzten Ernte mitgebracht. Hm. Äußerst ölig. Na, lecker. So, hier waren wir. Die Leiter bewegt sich nicht. Hier haben wir noch was gehabt im Tagebuch. Ich habe jetzt keine Zeit darin zu lesen, aber ich werde später über meine Heldentaten schreiben. Über unsere Heldentaten. So, hier gibt's... Ah. Vampyrex. Laut Papps das Einzige, was wirklich gegen Vampire hilft. Er sagt, Knoblauch vertreibt nur die Leute, die du liebst. Auf dem Etikett wird gewarnt. Kann zu einer Reizung der Augen führen. Okay. Sonst haben wir hier nix mehr. Noch das Bettdecke. Haben wir noch. Ich will dir alles anschauen. Ich hab schon vor Jahren damit aufgehört, mir Decken über den Kopf zu ziehen und Geist zu spielen. Die echten Toten sind bei solchen Sachen ziemlich empfindlich. Ah, ein bisschen Spaß muss sein, oder? So, jetzt gehen wir mal zum mysteriösen Paket. Ihhh. Irgendwie süß. Was bist du denn für einer? Schüchtern, der Kleine. Warte nur, dich krieg ich schon noch. Okay, was haben wir hier noch? Fenster. Haben wir noch was? Raus zu klettern wäre keine besonders gute Idee. Es sei denn, man hat Lust nach einem Sturz aus dem vierten Stock als bemitleidenswertes Knochenhäufchen auf dem Boden zu enden. Ja, das wär nicht so schön. So. Jetzt hab ich das mal leiser gemacht. Hallo. Was bist du denn? Okay, ich komm da nicht hin, aber vielleicht. Vielleicht bin ich auf dem Sessel. Auf dem Sessel vielleicht. Oder abschießen mit einer Steinschleuder oder sowas. Ja, was machen wir jetzt? Bücherregal, Kerzen. Leiter. Ah, Moment mal. Nee. Damit sollte es gehen. Ah. Haha. Okay. Jetzt versuchen wir es nochmal. Wow. Das nenne ich effektiv geölt. Okay. Dann geht's mal nach oben. Oder ist hier noch was? Nee, da ist so ein komischer Vogel drin. So, was haben wir jetzt hier? Ja, was? Ich komm nicht dran. Was machen wir jetzt hier? Ich komm nicht dran. Ich spinne einfach ein Netz. Haben wir irgendwas im Inventar? Was mal... Ich komm nicht dran. Ah, warte mal. Arm. Nee. Komm nicht dran. Komm Stuhl aus. Ich mein, viel hat ja nicht mehr gefehlt. So, jetzt aber. Hallo? Mit dem Arm werde ich dem kleinen Kerl nur wehtun. Vielleicht kann ich ja die Spinnwebe zertrennen, an der er hängt. Hierfür bräuchte ich aber etwas Scharfes. Mein Verstand. Super. Der Arm ist perfekt als Verlängerung für die Taschensense. Jetzt brauche ich nur noch etwas, an dem ich meine neue Erfindung ausprobieren kann. Skeletttarm mit Schweizer. Alles klar. Gute Idee, aber der kleine Kerl fliegt schnell zur Decke, sobald ich näher komme. Wenn ich ihn doch nur irgendwie ablenken könnte. Mist. Gute Idee, aber... Ähm, Moment. Warum sollte ich das tun? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Hoffentlich tut ihm das nicht weh. Nein! Es führt zur Augenreizung. Oh, aua, 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 aua. Genau, wir sprühen etwas auf einen Augapfel, das Augenreizung verursacht. Moin! Na? Wo will er denn hin? Na gut, jetzt sitzt er ja eigentlich in der Falle, ne? Hast doch nichts verpasst, ist nur der Raum bis jetzt hier. Hallo? Warum habe ich das Gefühl, dass er sich über mich lustig macht? Nee, er lacht nur aber sonst. Denkst du nur. Immer wenn ich ihn mir schnappen will, verschwindet er und taucht woanders im Regal wieder auf. Wie in Hades' Namen macht er das? Vielleicht kann ich ihm irgendwie eine Falle stellen. Eine Falle stellen. Warte mal, wenn ich hier unten hingehe. Wenn ich hier unten hingehe und will ihn mir schnappen. Glieder nach oben. Und wenn ich oben hingehe. Jetzt ist hier eine Lücke. Ich würde euch ja liebend gern befreien, aber ich kriege den Deckel nicht auf. Ach, hätte ich doch nur nicht so schwitzige Hände. Ich würde ja Paps um Hilfe bitten, aber ich denke, dafür ist das nicht ganz der richtige Moment. Nein. Ärmchen, jetzt bist du gefragt. Hey, das hat geklappt. Hä? Da ist doch ein Messer dran. Wie geht das? Fliegt, meine kleinen Hotspots. Ihr seid frei. Okay. Oh. Die bleiben ja hier. Natürlich. Sie wollen bei ihrer Retterin bleiben. Zusammen werden wir noch das eine oder andere Abenteuer erlicken. Okay. Ab jetzt kannst du die Leertaste drücken, um dir die Hotspots anzeigen zu lassen. Aha. Ach, die zeigen an, was man machen kann. Oh, gedrückt halten halt. Ah. So, wenn ich jetzt hier in die Lücke... Das ergibt keinen Sinn. Ja, pass doch mal auf. Wenn ich das Glas in die Lücke stelle, wird mein kleiner Spinnenfreund vielmehr. Vielleicht in der klebrigen Masse stecken bleiben. So, jetzt gehen wir hier runter. Hey, das hat geklappt. So, dann nehmen wir dich mal mit. Und drauf mit dem Deckel. Hab ich dich. Aha. Gewonnen. Oh. Bitte wein doch nicht. Hey, ich hab ne Idee. Ich lass dich raus aus dem Glas und du bleibst in meiner Tasche. Okay. Deal. Na dann. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Jetzt müssten wir ja eigentlich ein Auge in der Tasche haben. Ja, Spin. Ih. Ja gut, das sind die Tränen, ne? Das ist ein Spinnenauge. So, und ich sehe hier schon einen Riss. Das wird sein. Hallo? Die Tür wird zu sein, ne? Okay. Dann wissen wir ja Bescheid. Okay, kleiner Freund. Ich hab einen Auftrag für dich. Kannst du dich durch den Riss dort quetschen und mir meinen Zimmerschlüssel aus Papps Studierzimmer bringen? Klasse. Irgendwie bist du ganz süß. Viel Erfolg. Die Frage ist, wo hat der... Ich hätte lieber ein Auge auf. Das Auge. Wo hat der Augapfel seine Ohren? Ach cool, wir sehen jetzt das Auge. Haha. Okay. Tanatos. Okay, was haben wir hier? Hässlicher Gargoyle. Nein, ich kann nichts machen. Hä? 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 Seltsame Kräuter. Okay. So, kommen wir jetzt hier irgendwie... Ah! Ah! Wir sind eine Spinne. Wir können da ja hochklettern. Ih, da hängt eine Fliege an der Wand. Was ist das? Mach ich doch gar nicht. Ähm. Ja. Drettengeländer. Okay. Können wir hier drehen? Okay. Nochmal drehen? Oh. Schnell, versteck dich. Das wollte ich nicht. Pfeife mitnehmen. Ach, Kräuter. Klar, da ist der Tod. Wir wissen doch nicht mal, was für eine Wirkung diese Pflanzen haben. Und Papst hat Allergien. Er sagt, ich sag nicht, lass uns nichts Dummes anstellen, aber lass uns vorher herausfinden, wie dumm es ist. Ah, nee. Der ist der Tod und der ist tot. Denk ich mal. Was will passieren? Alles klar. Äh. Ah, okay. So muss ich. Ich muss nochmal rein. Gut. Dankeschön. So, wie finde ich jetzt heraus, was das für Pflanzen sind? Natürlich mit dem Buch. Mal sehen, ob wir meine zwei neuen Pflanzenfreunde hier drin finden. Oh Gott, das dauert. Ein magischer Bestimmerschlüssel. Ah. Na, der kommt mir gelegen. Okay. Die ist... Sieht aus wie eine Moorrübe. Schwarz. Schlauchförmig. Die ist es. Genauso sieht die Pflanze aus Papst Studierzimmer aus. Archeronische Sumpftrompete. Berühmt dafür, die Wahrnehmung von Musik zu verstärken und daher von den Flussgeistern oft als Partydroge verwendet. Okay. Die andere ist... Weiß. Gezackt. Und das ist die zweite. Weiße Witwe. Auch bekannt als Hypnos-Umarmung. Bekannt für ihre einschläfernde Wirkung. Diese ist aber so leicht, dass sie nur zum Tragen kommt, wenn man bereits sehr müde ist. Na toll. So, wie bringen wir den jetzt zum Schlafen? Vielleicht durch die Musik. Er ist viel zu klein. Ja, ist er. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So, Radio. Eh... Hm, ich geh mal zurück. Ich weiß nicht... Ah, warte mal, ich muss den beruhigenden... Ich muss wahrscheinlich den beruhigenden Jazz abspielen. Dann den Knopf machen. Und dann den Knopf machen. So, jetzt. Jetzt zur Pfeife gehen. Und die weiße Pflanze. Jetzt bin ich gespannt. Kann ich noch was anderes einstellen? Hä? Vielleicht noch ein bisschen was. Aber tu nur gerade genug. Ja, ja, ja. Das bewegt halt nix, ne? Weil der Chase an ist. Pups ist so gebangen von der Musik, die gerade spielt. Ich glaube, solange sie läuft, kann ich ihn nicht durch das Kau zum Schlafen bringen. Jetzt ist die ruhige Musik an, ne? Was gehen wir nochmal hin? Warte mal, wenn ich die rein... Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich die reinmache. Ja, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Party-Droge. Jetzt bin ich gespannt. Warte mal, ich muss das... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt mach ich nochmal so. Ich will jetzt jetzt wissen, ob das funktioniert. Ich will jetzt jetzt wissen. Ja. So, wenn ich da jetzt hingehe. Ja, ja. Bisschen Party. Party-Droge. Jetzt bin ich gespannt. Ja, gut. Das kam unerwartet. Wahrscheinlich jetzt, ne? Das war gut. Das Spiel wird auf jeden Fall gespielt nächstes Jahr. Ist ja nicht mehr lange hin, ne? Ich glaube März nächsten Jahres. März 22. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Wo transportiert dir der Augapfel eigentlich die Schlüssel? Hä? Mein Zimmerschlüssel. Endlich. Nichts wie raus hier. Was machst du da? Du kannst doch nicht... Ganz toll. Wow. Das fühlt sich verrückt an. Warte. Wo ist das Auge hin? Hi. Mein Name ist Jonas. Hi. Ich bin aus Deutschland und ich mache Adventure-Games. Oh, cool. Lass uns das noch mal wieder versuchen. Im Moment arbeite ich auf... Prim. Ein drop-dead-charming, creepy-but-cute, point-and-click-Adventure-Game. Wow. Too long for you? No problem. Let me put it this way. Imagine Monkey Island. But Tim Burton made the art. And Terry Pratchett wrote the story. Inspired by Greek mythology. That's basically what it feels like to play Prim. Genau meins. Oh, and it's in black and white. You play as Prim, Death's daughter, who receives a call for help from a human boy. Unfortunately, her father would never allow her to travel to the land of the living. So Prim tricks her dad. But when she finally reaches Earth, it turns out to be just as dangerous as her father told her it would be. What kind of beastie are you? At its core, Prim is a pretty traditional point-and-click-adventure-game. But with modern perks, such as HD graphics, a one-click interface, and an optional hotspot display. And hey, we got a cute little spider eye that is Prim's sidekick. Just great. You can already play our demo, which is, by the way, fully voiced in English. I'm not a baby. I'm much too old for rocking horses. And German. If you ask me, all these languages sound like they're completely thought of. Oh! The final game will have a playtime of about six to eight hours. We're confident that we'll be able to release it in 2022. That all sounds pretty ambitious, right? Yes! Well, here's where you guys come in. My team and I, we need your help to make Prim look, move, and sound. I can't let it climb out of the window. It's much too high. As good as possible. And of course, you get something in return. Apart from the game itself, the Becker rewards include a digital art book and the game's soundtrack. And we also have some pretty cool physical rewards, like our cute little Prim doll. Why do I have the feeling that it's making fun of me? Or the big box version of the game, that comes in a handmade wooden coffin. So, why are you still watching this video? Let's make this game happen together. Okay, I trust you. Don't make me regret it. Ja, das war die Prim-Demo. Ja, weil ich's gerade lese, ich werde's mir auf jeden Fall auch holen.